Herzlich Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Flex Calisthenics. Mein Name ist Felix, wir sind wie immer bei uns im Gym in München und heute möchte ich dir zeigen, wie wir bei Flex Calisthenics in vier Schritten Calisthenics-Einsteigern helfen, zu Handstand, Muscle Up und Co. zu kommen. Wir haben mittlerweile schon über 150 Leute dabei geholfen, wirklich in den Calisthenics-Sport einzusteigen, voll durchzustarten. Wir haben ihnen geholfen, Übungen wie den Muscle Up, den Handstand, Klimmzüge, Liegestütze, Dips, Backlever, Frontlever zu meistern. Manche sind sogar mittlerweile auf dem Weg zu ihren ersten Wettkämpfen und jetzt möchte ich dir mal zeigen, wie wir das machen und wie wir das Ganze in vier Schritten hinbekommen, was wir dann auch mit dir schaffen können. Und zwar Schritt 1, die Analyse des Ist-Zustandes. Wir starten immer mit einer maximalen Analyse, das bedeutet, wir schauen uns die komplette Person an, machen ein 360-Grad-Screening über jegliche Bewegungen, über die Kraftwerte, über die Beweglichkeit an sich, wie ist die Mobility, wo sind Stärken, wo sind die Schwächen, damit wir die Person einfach maximal kennenlernen, fragen sämtliche Metriken ab, Körpergewicht, Größe und so weiter und so fort, damit wir einfach einen super guten Ist-Zustand haben, analysieren das Ganze und dann kommen wir zu Punkt 2, zu Schritt 2 und zwar der Erstellung des Trainingsplans. Da bauen wir von dem weißen Blatt Papier ein Trainingssystem auf, mit unseren Erfahrungen, die perfekt in den Alltag von unseren Klienten und Klientinnen reinpasst, weil viele haben sehr viel zu tun, Arbeit, Stress, Familie, Alltag und möchten aber trotzdem auch noch das Training natürlich da als Ausgleich mit reinbringen und da muss das Training maximal perfekt in den Alltag angepasst werden und da gibt es bei uns keine Vorlagen, keine standardisierten Trainingspläne, sondern das ist zu 100% individualisiert, von 2 bis 4 oder 5 Trainingseinheiten die Woche, Stundenanzahl geben alles unsere Klienten uns vor und wir passen quasi das einfach perfekt an, auch das Equipment, was zur Verfügung steht, einfach alles wird berücksichtigt, ein Trainingssystem wird aufgebaut, das einfach perfekt zu der Person passt, umgesetzt werden kann und dann vor allem jede Woche zum Erfolg bringt. Schritt 3 haben wir natürlich dann jetzt den Trainingsplan und jetzt wollen wir natürlich auch die Umsetzung sehen, das bedeutet, wir schauen uns jede einzelne Woche an, was machen unsere Klienten, wie sieht das Ganze aus, wie werden Übungen ausgeführt, wo sind die Technik, Fehler, wie werden die Techniken aktuell ausgeführt, damit wir da ansetzen können, verbessern können, mit unserem kompletten Know-how reingehen können, um so schnell wie möglich die Fehler einfach auszumerzen, Dinge umzulernen, ein besseres Körpergefühl zu entwickeln, maximale Körperkontrolle zu bekommen, um dann auch perfekte Ergebnisse zu realisieren und Schritt 4, nach dem ganzen Technikthema, wenn das passt, wenn das sitzt, sind wir mit absolutem Premium-Support immer für unsere Kunden da, das bedeutet, wenn Fragen aufkommen, die Fragen, die du dir jetzt stellst, wie baue ich meinen Trainingsplan auf, welche Übungen sind die richtigen für mich, wie oft muss ich eine Übung machen und so weiter und so fort, die haben wir von vornherein eh schon alle gelöst, weil wir natürlich das Training und das Feedback und die Technik für unsere Kunden übernehmen, aber wenn dann Fragen anderweitig zu Ernährung, Stress, Alltag, Alltagsplanung aufkommen, doch mal noch Fragen zu einer Übung da sind oder alles mögliche, sind wir mit unserem Support da, damit wir einfach sicherstellen können, dass unsere Kunden im Training stehen, maximal den Fokus auf die jeweiligen Übungen setzen können und selbst keine Fragen mehr haben, sondern einfach das Ganze an uns auslagern, wir geben die Antworten, die perfekt individuell zu unseren Kunden passen und somit steht, jeder im Training weiß, was zu tun ist, kann sich aufs Training fokussieren, wird von Woche zu Woche besser und das ist die 4-Schritte-Strategie, die wir einfach entwickelt haben, perfektioniert haben über die letzten Jahre und das ist das, weshalb unsere Kunden extrem zum Erfolg kommen und Handstand, Muscle-Ups und Co. erlernen, was gar kein Problem mehr ist, weil mittlerweile haben wir schon so vielen Leuten geholfen, dahin zu kommen, dass das für uns mittlerweile die kleinste Aufgabe ist, deswegen bin ich mir sicher, dass wir dir da auch dabei helfen können, wie das Ganze dann für dich auch aussehen kann, können wir auch gerne mal in einem kostenlosen Beratungsgespräch uns gemeinsam anschauen, dazu musst du dir lediglich einen Termin eintragen unter www.flex-calisthenics.com Trag dir einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch, dann schauen wir mal, ob wir dir da helfen können, wo du gerade stehst und wie das Ganze für dich aussehen kann, deswegen würde ich mich freuen, wenn wir bald von dir hören, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, mach's gut, dein Felix, ciao.